Was will ich denn hier machen? Oh oh Hä? Ich muss hier irgendwas machen, aber hier sind viel zu hart hier Ich schaue da jetzt einfach mal ein bisschen drauf rum Und... Es sind ein paar Filze So, hier noch ein paar mehr Ich glaube es bringt nicht so viel der Treffung zu halten Ich möchte hier auch gerne wieder raus Ich komme hier auch nicht mehr raus Ich komme hier nicht mehr raus Ich komme hier raus hier Na toll Ich komme hier nicht mehr raus War irgendwie klar, oder? Ich glaube ich muss hier auch total was anderes machen Ähm... Da steht da überhaupt nichts zu machen Ich bin eh gleich tot Ja jetzt genau Aber zum Glück haben wir ja gespeichert So hopp Weiterspielen Also Und warum ist das so ein dummer Ast? Hä? Das ist ja... Ich kann nichts machen Dumme Äste dann mal rauskommen, weil ich nicht sehe wo die sind Na... Na... Ja ich kann ja überhaupt nichts machen hier So werfen wir Steine dagegen So werfen wir Steine dagegen Halt aufhören! Sonst quetscht du mich als zwei! Wer läuft denn da jetzt weg? Hä? Also wir sollen nicht dagegen werfen, das ist ja irgendwie logisch Ähm... Sonst quetscht die sind zwei Aber was will ich denn da machen? Hm... Ich bin schon wieder tot Aber was soll ich denn machen? Hm... Okay, ich muss mich jetzt hier auch lange mit dem... Den hier aufzuhalten Ja und jetzt? Guten Tag Ich kann mit dem Baum auch nicht reden Ey, das ist doch richtig blöd hier Was soll ich denn hier machen bitte? Oh Mann Ich hol jetzt einfach mal gegen die Dinger Jetzt muss ich nur schnell ein paar Äpfel Ähm, ein paar Pilze Ich sag immer Äpfel So Okay Also wir hauen uns alle hier mal ein bisschen auf den Ästen drauf rum Ah, jetzt hat er mich getroffen Mann! Was ist... Hat er ein bisschen akku oder so? Mann Hä, wie sollen wir das denn hier machen? Wenn ich's nicht schaff, dann mach ich mal gleich eine kurze Aufnahmepause und... Guck mal das schnell im Internet an Wie man das hier machen muss Wie man das hier machen muss So So, Pilze So 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 Ich frage es jetzt halt bloß Ja, genau Wie werden wir das denn machen müssen? Ich glaub so viel bringt das ja auch nicht Ah, jetzt hat er mich getroffen Ach toll So So So, nochmal dagegen Du kannst es jetzt mal loslassen, bitte Hier Und diese... Diese Perspektive hier nervt mich auch total Hier können wir überhaupt nix machen, ey Äh Oh, der trifft mich doch gar nicht hier So 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 Ich glaub ich euch nicht Oh Mann, jetzt bin ich ja wieder schlecht Ich stell mich nochmal hier hin Die trifft mich doch gar nicht Oh indeed iniz This Dann meine ich die nachre euch mal sag ich mal. Oh Mann. Jetzt schnell, rüber. Hier hin und jetzt. Jetzt kommen die Dinge wieder raus. Jetzt müssen wir schnell weg hier. Nein. Schnell weg, sonst haut mich das Ding wieder hoch. Komm. So. Ey, das ist doch blöd. Oh Mann. Nein. Schnell weg. Ja, jetzt. Oh, ha. Sachte, kleine Burschen. Wo wollt ihr denn hin, dass ihr wie Blasebäcke schnauft? Was mag wohl los sein? Auf, auf. Verrat mir, was dich plagt. Der Weidenbaum hat meine Freunde gefangen. Der alte Weidenmann. Ich kenne seinen Reim. Ich singe seinen Mark kalt, wenn er sich nicht benimmt. Du lässt sie jetzt wieder heraus, alter Weidenmann. Du solltest nicht wach sein. Is her. Ich singe seinen Mark kalt. Ich singe seinen Mark kalt. Ich singe sein Mark kalt. und gut gut endlich geschafft so ein Spielstand oder eine zugenommen 12 Linien für Goldbeeren was war das denn ein Spinner kommst du dringend der Kupfer nicht nur ich kann was die Ziele aus die Tränschen von Apfel äh ich sag immer abwürdigsten Pilz und zu merken also das mit denen wenn mit mit Halbbolzen das wird auf jeden Fall nix also ich glaube da sind die wenn es eine dastehen soll ich glaube dass es mit dem mit Halbbolzen für nichts geworden ist kommt schnell muss ich meine mit mir helfen so und hopp er tötet mich jetzt zu zweit eh jetzt kommt er ne jetzt kommt er ah ja genau genau Wasser hier hier sieht es wir haben nur eine davon jetzt und ich hoffe mal dass hier noch ein paar sind das laufen hier total falsch so gibt es noch irgendwas ne ne also hoffe ich jetzt mal also ich hoffe mal dass hier noch was gibt so rum aber es sieht nicht so an das ist ja gar nix man und diese kommen echt schön hinterher ne schön und die soll mich ja beschützen ne aber was machen sie die machen da immer noch ein Päuschen oh ich geh jetzt mal für linkes ne da war ich doch ich glaub ich zieh einfach hier durch da sind noch zwölf äh zwei zwölf sind schön gewesen drei haben wir jetzt ich 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 in